ein neues video heute von mir heute gibt es bei mir zu sehen der cooking game we are ich habe mich heute als kopf versucht ob ich die kunden zufriedengestellt habe oder nicht das seht ihr natürlich gleich im spiel ich habe mein bestes natürlich gegeben und gordon ramsay stolz auf mich also ganz lustig gemacht das spiel bei der weiber macht natürlich nicht so viel spaß im moment überhaupt vorher nicht so einfach das thema ist im moment only access und kostet 12 49 ist für die htc wife um für die rift verfügbar und mehr spieler ist noch geplant für dieses spiel das stelle ich mir dann richtig lustig vor aber dann versucht sich gegenseitig man muss für immer versuchen mehr punkte als andere zu kriegen also wirklich gegeneinander wer macht schneller bürger macht schneller hotdogs und so weiter es macht schon spaß das spiel also schaut euch das video an und viel spaß so da sind wir auch schon im menü drin wir stehen schon mal einen kleinen kasten und mit unseren händchen so was gibt es denn noch eine option kann man da was einstellen music and sound okay ne brauchen wir nicht zurück ja so gehen wir gleich mal ein campaign ich habe es gestern schon mal ein bisschen angespielt drei sterne geschafft platz 51 gerade mal also wir müssen 200 punkte schneller schaffen wie die anderen schau mal schauen ob man sie hinbekommen da kommen wir richtig schön entschwitzen so das haben wir auch schon in unserer küche hier ja das ist cool meat is a murder delicious tasty murder single nein taken nein hungry yes so hier ist schon mal das unsere kellnerin und hier sind die ganzen menüs die man dann zusammenstellen sehen wir jetzt oben auf der tafel hier was reinkommt so manchmal den kühlschrank auf so was willst du haben einmal pommes und ein hotdog pommes jedesmal müssen wir so einen teller dann nehme ich gleich noch ein paar mehr so jetzt kommen sie nämlich alle rein wir brauchen noch ein hotdog so die sind schon fertig auf die 1 so wir brauchen gleich den nächsten ich brauche noch einen hotdog kommt keiner mehr uuuhh scheiße so weg damit äh einen burger brauchen wir brauchen wir so einen paddy und nehmen wir gleich sowas brauchen wir nochmal pommes zweimal du 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 das fleisch ist fertig achso halt brauchen wir gleich hier ein ostchen und da muss natürlich noch hä 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 salat tomaten fleisch und das das ist einmal bestellung 2 er wollte noch er will pommes haben da kommen wir ganz schön durcheinander hier ostchen so das ist richtig ach scheiße halt ach jetzt kann man es nicht zurücknehmen ich mache ja schon schnell hier einmal burger einmal das nehmen wir gleich noch einen burger brauchen wir nochmal pommes hier ich bin nicht so schnell so noch mal pommes wo bin ich denn jetzt müssen wir jetzt das erstmal machen ach scheiße ach scheiße es macht auch spaß also bei der wärme nicht unbedingt so sehr äh die drei haben wir die vier brauchen wir noch einmal Würstchen einmal Fleisch nein nicht runterfallen so das das ist alles richtig ne so das hopop hop drauf drauf so schnell geht das wie bei mcdonalds hier äh einmal der drei und gleich weiter geht es hier was ist jetzt hier los Ich mach doch schon hin. Du willst Pommes haben. Schweißtreibend. Die will auch sowas haben. Die will sowas haben. Machen wir gleich nochmal Pommes. Und das. Und das. Und gleich nochmal Hotdog. Und das. So. Halt, die haben wir schon. Warum hier noch? Ne, scheiße. Ja gut, ist egal. Kriegt ihr halt zweimal Pommes. So, das haben wir. So, du willst hinten noch einen Burger und Fritten haben. Ein, du willst nur Fritten haben. Ja, das krieg ich mal schneller hin. Achso, die sind schon. Gut. Einmal der vier. Hotdog. Einmal Fleisch. Äh, vier. Jetzt muss ich hier drauf gucken. Und einmal Fleisch brauchen wir. Und gleich hier das nächste. Zack, 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 zack. Wenn man einmal hier seinen Flo gefunden hat, da geht das auch. Weg damit. So, einmal Pommes noch. Einmal das. Zack. Einmal das. Zack, zack. Oh. Sehr schön. Den Platz haben wir gemacht. Ach, hier steht's. Letterboard for Mission One Loading. Nicht schlecht. 3 Minuten 16. Ich hatte, glaube ich, gestern vier Minuten noch was. Mal gucken mal. Alter, was ist denn da für eine Stimme? Burn more Coins than your opponents for three minutes. Okay. Können wir das vorher schon nehmen? Ach, nein. Natürlich nicht. Also, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Einmal das an. So, was willst du haben? Komm. Du willst eh alles haben. Das ist egal. Gut. So. Einmal. Komm schon. Komm. Und gleich wieder ein Mäuschen reinschmeißen. Komm. Zack, zack. Zack, zack. Aber ich denke mal, da kommen auch mehr Zutaten, weil da unten noch leere Toller sind. So, du willst auch sowas haben? Zack. Einmal das. Einmal das. Zack, zack. So, gut. Wir brauchen noch einmal Pommes. So, ich könnte mal Mitarbeiter gebrauchen hier. Aber für die Zukunft ist noch so ein Coop geplant. Das stelle ich mir auch sehr spaßig vor. So, die Vierbelpommes. So, Würstchen. Das. Das. So, da will noch einer Pommes haben. Da, 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 da. Komm. Ich brauche mehr Pfann. Ich brauche mehr Pfann. Was ist hier jetzt? Ich mache doch schon hin hier. Einmal der Eins. So, du willst sagen. Das haben wir von Road Dog. Jetzt können wir hier ein bisschen entschraucheln. Der Vier. Das und Road Dog. Gut. So, gut. Zack, zack. So. Wenn auch jemand Pommes haben. Und ein Burger. Ah, der Nummer 3. So, da haben wir die auch weg. Einmal Pommes. Die haben wir. Brauchen wir hier noch einmal welche. Und ein Hot Dog. Will der 2. Da haben... Ach, scheiße. Das haben wir einen zu viel. Ist egal. Lass ihn dir schmecken. Weg. Eins. Ich mache doch schon hin hier. Ich bin alleine. Wie soll ich denn das alles schaffen? Ah. Du, 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 du. Will noch jemanden im Burger haben? Ach, fuck. Ich brauche nochmal Tomaten. Ah, jetzt ist der Deckel weg. Zack. Ja. Wir können im Burger haben. Scheiße. Weg damit hier. All dein Scheiß. Ja, komm. Da werden wir auch noch Fritten haben. Und einmal das. Ja, komm. Komm, komm, komm. Einmal das. Zack. So, die können wir wegnehmen. Ja, können wir nicht wegnehmen, ne? So. Also, Burger willst du... Nee, Burger haben wir doch. Also brauchen wir nochmal ein Dings. Los, schon. So. Einmal Pommes. Kann man das hier auch nehmen? Wasser? Nee. Okay. So. Wow. Alter Schwede. So. Eine machen wir noch. Also bei dem Wetter geht man auch kaputt. So. Gibt es jetzt mehr hier? Einen sehen wir noch nicht. Das sieht doch alles gleich aus. Never trust the skinny cook. Guck. Jetzt wollte ich was anderes sagen. Skinny cook. Ja, das stimmt. Das stimmt. Eins, zwei, drei, vier. Öp, öp. Komm, das können wir schon ansetzen. Na komm, was willst du haben? I am a hot dog. Okay. Hallo. Hallo. So, du willst das haben? Hallo. Okay, du willst da einen hot dog haben. Wir brauchen noch ein hot dog. Was ist hier jetzt? War der richtig? Ah. Nee. Okay, ist alles gut? Du kannst doch dein Essen. Ist alles okay? So, bitteschön. So, jetzt brauchen wir einen Burger. Okay, einmal Burger. Zack, zack. 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 Und einmal Pommes. Und einmal Pommes. So, brauchen wir nochmal. Auch nochmal Pommes? Ja, ich glaube. Und danach brauchen wir noch einen hot dog. Zack, zack, zack. So, so, so. Einmal der vier. Der will noch Pommes haben. Einmal das, einmal das. Zack. Bitteschön. So. Okay. Zack, zack. So, ein. Ach, jetzt will ich das rohe Wurstchen schon drauf schmeißen, ja. So, er will noch einen Burger. Du willst auch einen Burger. Und nochmal Pommes dazu. Auch noch hot dogs, ja. Und du willst auch nochmal Pommes haben. Komm, mach hin. Hopp. So, gut. Du willst auch nochmal dogs haben. Zack, zack. So, Burger. Das. Und das noch. Das noch. Essen ist gleich fertig. So. Jetzt nochmal 1 zu 4, oder? Pommes brauchen wir nochmal. Da, 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 da. So, ein hot dog noch. Okay. Pommes. Und ein hot dog. Okay. Tschüss. So. Gordon Ramsay wird stolz auf mich sein. Hier, nehmt's Fressen weg. So. So, halt. Wir brauchen das. Darf ich einen Toller nochmal? Ja, komm. Er konnte froh sein, dass er Pommes kriegt. So, 2 hot dogs brauchen wir. Wir brauchen noch einen. Und natürlich ein Burger. Das war der Arsch da. Bestell doch mal das gleiche. Okay. Hä? Ja. Jetzt hat die das Falsche genommen. Ich glaub, die werde ich kündigen. Zack. Zack. Mensch. Das brauchen wir, das brauchen wir. Dann noch Fleisch, komm. Wenn noch jemand Pommes, ja. Genau hot dog. Ein Burger brauchen wir noch danach. So. Das. Und. Das, das, das. Also den Job mach ich nicht lange. Das sag ich euch. Für den kleinen Lohn. Burger haben wir. Hier brauchen wir noch einen Burger. Und einmal Pommes. Das, 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 das. Und komm. Komm mal rein. Ja, 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 ja. Alles gut. Das brauchen wir hier noch. Und. Einen hot dog brauchen wir noch. Das hier. Und einen Burger. Einen Burger. Und das noch. Das macht doch bei der Wärme richtig viel Spaß. Das sag ich euch. So. Hallo. So, wir brauchen noch einen Burger. Und einen hot dog. Okay. Ja, eigentlich mach ich alles richtig. Da klotz doch mal, wo ich das Fressen hinstelle. Ey, mein Gott. Jetzt ausrasten. Ey, jetzt wird gar noch mehr ein Burger, ey. Mein Gott. Komm, ich brauche noch ein neues Würstchen. Da willst du ein bisschen Pommes haben, wie ich dich kenne. Siehst nämlich so nach Pommes aus. Oh, ich brauche noch ein bisschen. Oh, wir brauchen noch. So, du willst so ein Ding haben. Komm. Zack, zack, zack. So, wenn wir jetzt ein Burger kommen. Ey. Mein Gott. Nicht schlecht. Also, schön. Also, wenn es ein bisschen kälter ist, werde ich es auf jeden Fall noch einmal spielen. Aber so ganz lustig. Für ein paar Runden macht es auf jeden Fall Spaß. Schön gemacht. Also, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut.